Der Sepp klingt einfach und er lässt es auch so aussehen. Er nimmt Maß, zieht drauf und drin ist die Kugel. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Schuss aus dieser Distanz, was für ein Tor. Untertitelung des ZDF, 2020